Willkommen zurück. Oh mein Gott, ich muss hier jetzt Apfel sammeln, pflücken, weil sie alle sagen, dass fast alle ihre Lieblingsspeise Apfel sind. Also, Blumen. Ich muss Geld farmen, deswegen. Ich dachte, du arbeitest. Tut mir leid, aber Rainer hat noch nicht geöffnet. Sobald das Feuerwerk anfängt, geht es los. So zu fest davon. Für mich oder? Keine Ahnung, hier ist ein Stern. Was gibt es denn hier schon? Ich nehme mal meine Mütze, die ich gefunden habe. Die sieht so lustig aus. Ich glaube, man kann auch in der Hütte. Was gibt es denn hier? Wieso ist es denn ich? Ich brauche mal eine Schaufel. Äpfel, Äpfel, frische Äpfel. Gibt es hier Äpfel für mich? Bitte, hier gibt es keine Äpfel für mich. Schade. Was soll ich dann bezahlen? Euer Hilfe, Bienen, 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 gehen rein, gehen rein. Boah, zu glück. Habt ihr die Bienen gesehen? Sieht irgendwie blöd aus mit der Mütze, oder? So. Was ist da? Honigarten. Das ist ein Großbildfernseher, geil. Ich habe einen Fernseher gefunden. Wo stell dich mal genau in der Mitte? Galen, Minen, jawohl, der sieht ja geil. Was ist denn hier? Nun aber guckt. Hier gibt es eine große Sedulersch Church. Nie Daar главen. Gallen bei dir stehen hier. Da geht es darin. und Blumen Blumen sind auch schön Kornel ich doch ich kann hier nicht mal Geld finden Wieso ist das auch nicht so? Ist egal Geil Ich gebe kein Geld Schade Niemand hat für mich Geld Komm Kauf mal das was ich Ja Das ist schon ein pinkes Haus Hä? Nepp Frau Rosina Rosina Ich möchte etwas verkaufen Oh Hallo Nepp Ich habe auch so sehr weggeklickt Ja Ich habe hier eine Kassettendeck Schau doch mal Ah Das kann ich dir für 175 Stern abkaufen Du kannst aber auch selbst einen Preis festlegen und es dann bei uns in Kommission abgeben Ach nein Ach nein dieser Preis ist ganz in Ordnung Ich verkaufe es lieber gleich Dieses Kassettendeck ist hier auch nicht besonders nur ein Posten aus unserem Laden In Ordnung In Ordnung Oh Geld Danke für deinen Verkauf Danke dir haben wir schon viele schöne Attends her errichtet und verkaufen können Wenn wieder einmal in dein Laden Restposten anfallen dann bringen sie gerne vorbei Ja gut Ich muss dann los Ah Hallo Wir kennen uns doch nicht Ich heiße Nepp Mein Bruder und ich betreiben den Schnäpp 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 Schlaf zu machen Ja 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 Bitte entschuldigen die Wartezeit Wir kommen in unser Fundrum Wir kaufen Möbel und andere Dinge an und verkaufen sie dann in unserem Geschäft Draußen vor den Laden schreibt wie immer die Top Items auf unserem Schild Danke